Manche autistische Kinder können sich soziale Kompetenz antrainieren. Gerade autistische Kinder mit einer guten Intelligenz können sich insbesondere, was so soziale Kompetenz anbelangt, einiges antrainieren. Häufig gucken sie sich von Gleichaltrigen oder auch Erwachsenen bestimmte Dinge ab, entwickeln dann Strategien, dass sie Verhalten von anderen imitieren oder eben auch den Blickkontakt ganz gezielt suchen. Sodass sie quasi eine soziale Kompetenz imitieren im Grunde. Das ist aber halt auch sehr anstrengend für die Kinder. Für Kinder gibt es eben die Kinder- und Jugendpsychiater und Autismuszentren, die so ein bisschen sozialpädagogisch auch unterstützen. Im Erwachsenenalter gibt es leider zu wenig, aber immerhin ein paar Autismusambulanzen oder auch Erwachsenen-Psychiater, Psychotherapeuten, die eben psychotherapeutisch begleiten können. Bei Autismus liegt der Schwerpunkt tatsächlich auf psychotherapeutischer Begleitung. Also das heißt, wir haben keine Medikamente, die wir den Kernsymptomen unterstützen können. In der Psychotherapie ist es so, dass wir zum einen mit den Patienten beispielsweise am Selbstwertgefühl, am Identitätsgefühl, am Stressmanagement arbeiten oder aber auch bei Bedarfen, wenn zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch ansteht, nochmal die soziale Kompetenz speziell für diese Situation zu trainieren, sodass man auch beispielsweise ein Rollenspiel durchführen konnte.